So, meine Damen und Herren, willkommen zum neuen Blog. Blog 4 mittlerweile schon. Ich habe gerade Schichtlaune, weil wir sind vor dem Training gerade. Wir haben jetzt die Zeit erhöht. Er hat die erhöht von 30 Sekunden auf 40 Sekunden pro Einheit. Bock ist was anderes, aber was soll ich machen? Ich muss da jetzt durch. Aber eine Frage, aber es ist doch unfair. Warum habe ich aber jetzt weniger Pause? Ich mache doch mehr. Wir trainieren jetzt einen Monat. Jetzt kommt die nächste Phase. Aber warum habe ich weniger Pause? Ist das effektiver dann? Effektiver auf jeden Fall. 6 Übungen heute. 40 Sekunden. Let's go. Wir blenden euch jetzt die Übungen rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Du kannst dazu was sagen. Durchgang 1, jetzt kommen noch 2. Döner haben wir nachgehoben, Knoppers, Toffefi, alles kommt zurück, Wodka, Lemon. Das ist der Fall, das ist der Fall. 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 Mega. Morgens schwimmen, nehme ich euch auch alle mit. Diese Woche machen wir Hardcore. Ich will nur diese Woche alleine 5 Kilo abnehmen. Nur diese Woche ab heute 5 Kilo. Ist mir scheißegal. Jetzt noch Reservant-Tack, dann auslaufen, duschen, essen, Halas. Das ist die Sonderprobe. Das ist die Sonderprobe. Hier ist Kader. Komm, weg, 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 weg. Zur Deckung, zur Deckung, zurück. Heute war ekelhaft, ja? Nach dem Wochenende ist immer schön. Nach dem Wochenende ist immer sehr ekelhaft. Normalerweise. Ich habe es auf die Luft gebraucht.